Frank Oesterhellweg sagt selbst, er wolle aus seinem Herzen keine Mördergrube machen. Er, der Konservative, steht zu einer härteren Gangart in der Asylpolitik. Steht zu Horst Seehofer, zur CSU. Sollten die Unionsparteien am Wochenende den Bruch vollziehen, steht für Oesterhellweg fest. Dann ist für mich die Mitgliedschaft in der CSU eine Option. Ich sage es nochmal, ich will das nicht. Ich hoffe, dass man sich einigt, dass man vernünftig ist und sich einigt, will ich ausdrücklich sagen. Aber dann ist es eine Option. Und auch nur dann, wenn der Streit eskaliert, die CSU einen niedersächsischen Landesverband gründet und die CDU eben einen bayerischen. Erstens glaube ich nicht, dass es dazu kommen wird, da ich davon ausgehe, dass CDU und CSU auch zukünftig eine Fraktionsgemeinschaft bleiben. Deswegen stellt sich diese Frage für mich auch nicht. Aber es ist klar, wenn jemand in eine andere Partei wechselt oder eine andere Organisation eintritt, dass er dann auch nicht mehr zur bisherigen Fraktionsgemeinschaft dazugehört. Oesterhellweg säße dann als Fraktionsloser im Landtag. Leute bange zu machen, die Kritik haben. So nach dem Motto, du verlierst ein Amt, du verlierst eine Position, du wirst vielleicht geschnitten. Und damit Kritik zu verhindern, die wichtig ist in dieser Frage. Diese Spiegelchen mache ich nicht mit. Seehofers politischen Stil missbilligt Oesterhellweg. Inhaltlich steht der Landtagsvizepräsident an der Seite der CSU. Vielen Dank. Vielen Dank.